Wenn ich den Aufbau einer Malerei plane, schaue ich mir immer zuerst mein Model genauer an, um Farben und Formen zu finden, die ihm oder ihr besonders gut stehen. Das ist bei diesem Werk jetzt etwas anders, da kaum noch was vom Model Inga zu sehen ist. Ich bereite mich hiermit für die Teilnahme beim World Body Painting Festival in einer Kategorie vor, in der die Benutzung von Special Effect Materialien im Bereich des Gesichts und Kopfes gefordert ist. So zeige ich zum diesjährigen Thema Utopia mein Werk Heile Welt, die dich einlädt durch ein Fenster zur Seele zu schauen. Ich möchte, dass das Publikum das Body Painting auf eine andere Art erleben kann und es nicht nur anschaut, sondern mit ihm interagiert. Um es zu erleben, muss man sich ihm nähern, hindurchschauen und eine Mechanik betätigen. Der Betrachter kann es nicht nur sehen, sondern auch fühlen und hören. So ist es immer ein 1 zu 1 Erlebnis. Ich bin schon sehr gespannt darauf, welche Wirkung das auf die Betrachter haben wird. Obwohl, genau genommen passt die heile Welt doch sehr gut zu Inga. Beide tragen Gutes im Herzen. Betrachter